Guten Morgen Österreich! Tee, Tee! Ich höre Sie schon nicht so aus. Ich danke der Regine und Ross für diesen Scham. Vielleicht melken Sie sich auch in Salzburg. Wir wissen es noch nicht, aber Sie melden sich zumindest einmal. Sind Sie jetzt wach? Jetzt seid ihr wach, ne? Jetzt seid ihr in den Garten. Ich bin zum, bis zum. Ich habe eine schöne Säte mit einem Garten aufgestanden. Ich sehe die Säte mit dem Garten.